Und Zayas Berger Purple in Sektor 1. Unglaublich, unglaublich der Junge. Und es war Sektor 2, Entschuldigung. Ja, hier hat aber 15.000 so jetzt Rückstand. Rettet es nicht mit dem kritischen Mittelsektor. Mit den langgezogenen Wingsburgen. Also, wir halten fest, Seil Bob ist nicht nur ein schneller Fahrer, sondern auch ein extrem guter Schleimer. Und hält sich mit allen recht gut. Nein, das ist schön, dass ihr euch so gut versteht in der Truppe. Das ist schön, das macht einen doch. Freut er doch. Na, was heißt Snippers schmechelt? Snippers jetzt, ne, 54.000stel, hinter Zayas Berger auf 2 und Diego auf der 3 mit 70.000stel. Jetzt bin ich natürlich mal gespannt auf die Fanks nochmal ein bisschen hoch schrauben können. Ähm, wäre natürlich mega interessant. Vorhin, der Mark, der hatte richtig Probleme. Jetzt ist der Chris Lang und der Gamer MK auf 5 bzw. hier auf der 6 gelandet. Und Dödelhai ebenfalls, also Eisbordel hat jetzt doch, muss nochmal zulegen. Muss nochmal jetzt mit der Runde richtig zulegen. Also, ansonsten ist es nur Startplatz 8. So, jetzt rutscht er raus. Schade, jetzt muss er sich ranhalten, dass er noch, ja, das sollte er aber eigentlich packen. Dass er nochmal eine Runde fahren kann. Wir schauen uns zusammen, ob wir eine Runde runter hier noch hinkriegen. Hat aber eine dieser Boden verloren. Und der Mark mit 1,2 Sekunden dahinter, das ist, das ist gelutscht, der Drop. Also, 8er ist er definitiv. Da glaube ich nicht, dass der Mark da nochmal ran kommt. So, letzte Runde. Und Mark ist wieder neben der Linie. Hier haben wir den Ian, den Johnny D und den Gordo. So, Sayersberger, das klangt schon wieder nach Purple. Jetzt schauen wir, was wollen wir hier. Ne, 96.000. Auf Sniperface, das ist die letzte Runde. Sind jetzt die letzten Runden. Wer jetzt noch eine Runde angefangen hat, der darf sie doch zu Ende fahren. Das war's. Und Sniper, Sniper gibt's auf. Woah, aieieiee, Sayersberger wird's auch weg. Also. Ja, auch Diego ist durch. Also, Sayersberger auf der Pole. Da können wir uns jetzt hier tatsächlich dem Reisvogl widmen. Und das ist noch mal ne Verbesserung, er ist noch mal am Dödelheim vorbei. Ja, Dödelheim ist auch ein Paar geschenkt, Rang 7, Rang 7 für den Eisvorgel, und dann haben wir die Startaufstellung. Seiersberger holt die Pole vor Sniper Fort Diego, dann Lewis Hamilton auf 4, Gamer MK auf der 5, Chris Lang auf der 6, Eisvorgel auf der 7, der Dödelheim auf 8, der Marv auf der 9, Ian auf der 10, Johnny D auf der 11 und Benjamin Gordo auf der 12. Das ist auch gleich die Startaufstellung für den großen Preis von Großbritannien in Brands Hedge. Ja, Favoriten lassen nichts andrennen, das ist tatsächlich so. Die Ampel gehen an, Abfahrt, meine Herren, los geht's, das Rennen ist eröffnet. Der Seiersberger kommt gut weg, kann da um alle Fälle, ah, der Sniper ist daneben, Sniper daneben. Die gehen zusammen in die erste Kurve, unglaublich, und Sniper ist vorbei. Sniper schnappt sich den Seiersberger beim Start. Der Lewis vorbei auf 3, Eisvorgel auf 4, Superstart. Der Dödelheim auf der 5, Gamer MK auf 6, Marv auf 7, Chris auf der 8. Johnny D auf 9, dann haben wir den Ian, Benjamin Gordo auf der 11 und Diego ist bis auf 12 zurückgefallen. Da ist es schon schiefgegangen. Sniper, unglaublicher Start, mit einer unglaublichen Performance hier. Das muss man mal ganz klar sagen hier. Boah, der Seiersberger, uiuiuiuiuiui. Viel Risiko. Ja, sind natürlich schon die Kurven, die sind so ein bisschen eklig. Wenn du die bis 100%ig triffst, dann ist das schon schwierig. Ja, auch hier sehen wir, dass Sniper trifft die Kurve nicht optimal, das kostet direkt Zeit. So, Johnny D ist wieder 12, oder? Gamer MK ebenfalls rausgerutscht. Auch ein Fahrfehler von ihm. Ja, Diego ist schon wieder auf 9 vorgefahren, also unglaublich. Hier geht es richtig zur Sache. So, und der Lewis, der macht jetzt so langsam Druck auf der Eiforgel, auf der 4. Dödelhai auf Mediums. Alle. Ja, der Diego auch auf Mediums. Da können wir im KS auf eingeschlagen. Alle anderen. Also drei Mann sind auf dem Mediums. Und hier hinten wird es jetzt langsam eng für, für unseren lieben Viper-Fahrer. Der bekommt nämlich jetzt so langsam Besuch von unserem Lewis Hamilton, der jetzt aktuell auf drei spät und damit sein erstes Podium bei den Rookies hätte. Der hat ja bei der Newcomer-Serie in den ersten zwei Rennen alles rund um den Boden gefahren. Dann hat er beim letzten Rennen in Willow Springs seinen Einstand gefeiert. Das war schon noch mega stark. Jetzt knabbert er an Sayersbergers Heckklappe. Und Sniper macht hier vorne Sniper-Sachen. Seile Pop es eben schon gesagt hat. Sniper macht Sniper-Sachen. Hat sich jetzt fast um zwei Sekunden absetzen können. Diego schon wieder auf acht vorgefahren. Also das war schon mal. Und jetzt funktioniert es wenn ich noch nicht so deutlich fühle, Also das war schon mal. Das ist ein bisschen ein spannendes Duell hier, Zayas Berger gegen Julius Hamilton. Der Eisvogel, der bleibt halbwegs dran, kann sich natürlich auch ein bisschen vom Tödler absetzen. Der hat vom Start sehr gut profitiert. Ja, Angra, das sieht wirklich aktuell sehr gut aus. 3 Sekunden hat er schon vom Tödler. Und natürlich der Tödler, der hält so ein bisschen den Chris hier auf. Der ebenfalls auf weichsten Reifen unterwegs ist. Versucht sich hier den Gürdel taktisch zurechtzulegen. Das ist aber gar nicht so einfach. Das ist wirklich gar nicht so einfach. Schauen wir mal, kommt jetzt die Attacke? Nee, er steckt zurück. Er steckt zurück. Also sauber und fair versucht daran vorbeizukommen. Das ist wirklich schon Racing-Action. Hier haben wir den Marv, der noch ein bisschen durch den Schmodder fährt. Da hat der Diego hier... Der hat jetzt nicht so den Vorwärtsdrang. Also der ist so ein bisschen gestoppt worden, dieser Vorwärtsdrang. Klar, die Bremsen natürlich auch ein bisschen. Das haben wir nicht vergessen. Ganz klar, aber natürlich dieser Abflug, der hat natürlich viel Zeit gekostet. Da steigen wir mal durch hier was. Gordo schon auf der Zöl. Als Ersatzfahrer gekennzeichnet hier. 999. Der Johnny T. Der Audi. Wie ihr das gesagt... Ich würde sagen, das mit der Spannendste der jetzt kommt, da wieder versucht das. Wieder schafft das nicht. Und jetzt rutschen sie aber beide. Jetzt rutschen sie beide. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Jetzt ist er innen. Jetzt kann der Dödel eigentlich nicht mehr noch verteidigen. Oh! Ja, da ist er zu. Da ist er vor. Vorsichtig, dann ist er zu vorsichtig, der Chris. Ich mein, sauber und fair fährt er auf alle Fälle, das ist super toll, aber er hätte ihn jetzt schon packen können, weil er verliert natürlich richtig am Boden jetzt, weil er seine weichen Reifen nicht nutzen kann. Ja, wie gesagt, es ist ein super Bär zwischen den beiden, das muss man sagen, der Eisvogel freut sich, der ist jetzt nämlich schon um 5 Sekunden vorne weggefahren. Und man merkt einfach, wie viel schneller der Chris mit seinen weichen Reifen und dem Essen natürlich fahren könnte, wo er mich natürlich auch könnte. So, jetzt ist er wieder dran. Jetzt, jetzt muss er auch gehen. Jetzt muss er gehen. Und das tut er wieder nicht. Jetzt, jetzt macht der Dödelei den Fehler. Jetzt ist er raus. Jetzt hat der Dödelei zu weit die Tür aufgemacht. Er ist ein bisschen zu spät gebremst, ein bisschen gerutscht. Und das hat natürlich jetzt richtig Zeit gekostet. Er ist auch hinterm Döde zurückgefallen. Der Chris, der kann endlich Dankeschön sagen, kann jetzt endlich seine Face fahren. Jetzt sind wir nochmal beim Eisvogel. Der hat jetzt schon 4,5 Sekunden Rückstand hier vorne. Und hier vorne hat sich das jetzt so ein bisschen wieder eingependelt. Also man muss sich ja sagen, hier der Sniper. Also am meisten Sprit tatsächlich spart hier der Lulis. Wird der Lulis hier zum kleinen Geheimfavoriten. Hat am wenigsten Spritverbrauch von denen hier. Auf alle Fälle richtig eng, so. Jetzt bin ich gleich mal gespannt. Boah, Sires Berger. Auto bricht aus. Also wichtig gefährlich hier, was wir hier sehen. Wir sind am Limits und dahinter der Lulis. Der wartet nur auf seine Chance. Der Lulis, der wartet nur auf seine Chance. Alles, der wartet nur auf seine Chance. Jetzt wird es dann gleich spannend, tatsächlich hier. So, Lulis hat jetzt ein bisschen abreißen lassen müssen. Ja, die sind immer noch verdammt dicht beieinander. Und der Eisvogel hier auf der 4. Der Chris, der kann sich jetzt auch nicht so wirklich absetzen. Der Diego kommt da auch mal her. Also Diego fährt tatsächlich jetzt gerade schnellere Zeiten als vorne an der Spitze. Höfter. Everything's different. Everything's different. Hmm. Everything's different. Also die geben es sich hier richtig, die drei hier, das ist ein spannendes Duell, es würde jetzt tatsächlich nur noch der Diego fehlen, dann wäre es hier wirklich perfekt, dann hätten wir hier einen richtigen Vierkampf. Jetzt bin ich gleich mal gespannt, wie das hier weitergeht, also Luis fährt jetzt auf Westseiten. Jetzt ist natürlich die Frage, wie verhalten sich die Reifen bei den und später im Endverlauf. Weil alle müssen ja, alle drei müssen auf dem Medium fahren und da ist eigentlich der Sniper immer der Überlegene, was die Pace mit dem Medium angeht. Und dann entsprechend, ich sehe schon, dass das hier tatsächlich der vierte Sieg in Folge wird vom Sniper. Wobei, noch ist nichts entschieden, hier kann noch jede Menge passieren. Also ich denke mal so 12, 13 Runden, dann wird es schon kritisch aus, zumindest was den Tank angeht. Das würde ich jetzt mal stark haben, aber so 12, 13 Runden, dann wird der Tank schon schwierig. Wenn ich jetzt mal bei 15 Runden, dann ist es schon mal... mal schauen... mal schauen... also... ja... also... zwischen 14 und 15 Runden, das würde ich mal einschätzen, aber so lange wird der Sprit bei manchen nicht reichen. Also wenn du schaust... ja... Sniper hat zwar ein bisschen mehr Sprit gespart, aber wer der am meisten Sprit gespart hat, ist tatsächlich der Luis. Und das kann natürlich, wenn er dran bleibt, natürlich gleich zur Führung nützen. Wir haben noch einen ganz tollen Geräusch. Und das kann natürlich auch jeder bei uns aus sein. Aber er hat es schon mal ein bisschen mehr Sniper. aber das ist wirklich sehr schade, so viele Leute, also bei uns aus dem Kaufen. dass du die Gäste auch einfach mal rauskriegen. und ich gehe mal auf das Kaufen ist, ich gehe mal auf dem Kaufen. Ich gehe mal auf das Kaufen. Ich gehe mal auf das Kaufen. Ich gehe mal auf das Kaufen. O, ich gehe mal auf das Kaufen. Also, wenn es gleich mal ein bisschen runzen sollte im Mikro, wenn ich am quatschen bin, dann entschuldige ich mich, aber draußen sieht es echt schwarz aus. Jetzt kommt die Sonne raus, jetzt reden wir wollten richtig schwarz aus, sonst gehe mal davon aus, dass sie hier tatsächlich gleich ein Gitter anbahnt. Nur damit ihr dann bescheid wisst. Zaltbob, bei mir sieht es nach Regen aus, aber hier sieht es leider nicht nach Regen aus. Wobei es natürlich einen Restart gab. Ja, und hier haben wir tatsächlich die Bestätigung. Der Chris, der hat nämlich in den letzten paar Runden mit 24er Zeiten die Lücke zum Eisvorgang fast zugefahren. Also auch da wird es jetzt spannend. Ja Moin We Rose, schön, dass du da bist. Ich bin mir gar nicht sicher. Also We Rose, das geht jetzt auf der Flecke ganz wichtig. Ich hätte jetzt gedacht Großbritannien, könnte es schon regnen. Aber dann wird es hier wohl nicht regnen. Dann haben wir das auch schon mal geklärt. Oh. Dann ist der Chris Lang abgeflogen. Da ist einer ins Gieß gefahren. Gar nicht gut. Und da vorne kommen sie. So, Sniper und der Seiersberger, beide gleichzeitig in der Boxengasse. Da wechselt es auch noch. Da wechselt es auch noch. Ich bin gespannt. So, der Seiersberger hat mal deutlich mehr Sprit jetzt mitgenommen. auch die mittlere Reifen bleibt aber vom Gamer-MK. Ja, der kommt jetzt aber zur Attacke. Also. Boah. Das ist ein Duell. Starke Aktion. Starke Aktion vom Gamer-MK. Sniper wieder auf den weichen Reifen jetzt hinter Marv. Das kann natürlich jetzt richtig Zeit kosten. Louis Hamilton. Die ersten Führungskilometer sind das Ruin. Kann er noch eine? Wollen wir fahren? Nein, jetzt kommt er rein. Einmal durch diese Ekelschikade. So, da kommen sie. Oh, das wird jetzt spannend. Eisbogel kommt ebenfalls in die Box. Diego nimmt damit die Führung. Auch hier wird deutlich mehr getankt. Auch hier wird deutlich mehr getankt. Nicht ganz randvoll. Auch die Mediums beim Hamilton. Und der ist vorbei. Der ist vorbei. Der ist vorbei am Seiersberger. Mit dieser Taktik-Aktion. Also. Hier haben wir in der Box eine Platzverschreibung gehabt. Der Louis ist vorbei am Seiersberger. Beide ebenfalls auf Medium. Der Eisbogel ist wieder auf dem weichen Reifen und auch davon rausgekommen. Dann Marv. Der Johnny D hier. Der muss gleich zum Tanken. Hier haben wir den Dünle, der ganz frische Reifen drauf hat. Hier haben wir den Johnny D. Der Chris, der ebenfalls jetzt mit den Mediums reingekommen ist. Frische Mediums. Ebenso auf der Gamer MK. Jetzt waren sie alle drin. Hier vorne. Wow! Benjamin Gotto fliegt ab und nimmt fast noch den Diego mit. Das war gar nicht der Diego, das war jemand anders. Diego ist jetzt in der Box. Das werden weiche Reifen sein, genau. Weiche Reifen beim Diego. Und kommt natürlich vor dem Marv raus, der jetzt auch reinkommt. Bei Marv ist auch etwas deutlich schief gegangen. Deutlich vor mir. Das sind dann schon jetzt 17 Sekunden. So, der Sayersberger geht am Hamilton. Jetzt wird es spannend hier. Der Sniper nutzt doch mal die weichen Reifen. Muss sich jetzt natürlich auch absetzen. Das heißt, jetzt muss er den Fußpunkt rausfahren. Ah, Eisvogel war es. Den er fast hätte mit abgeräumt. Ah, sehr gut. Ja, Diego jetzt. Und dann dahinter die Riesenlücke zum Dödler. Ja, das ist dann schon fast hier. So. Hier wird es jetzt spannend zwischen den beiden. Dödler. 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 Das geht hier Schlag auf Schlag. So, hier haben wir auch die neue Einblendung, und zwar sind das die Newcomer, richtig? Ich meine die Newcomer müssten es sein, hier in Fuji. Ich schaue, hier geht es richtig, richtig zusammen, also richtig in die Newcomer. Na, ich weiß es nicht, so ein richtiger Zweikampf ist es nicht, Siles Borken mit zwei lassen sich dann doch schon relativ gut in Ruhe. Ah, Academy, Real Rosas Academy. Stimmt, Andi Manchin, sorry, Yuka Makuku fährt nicht. So, ich fang schon an wie Pixel, Leute, Leute, Leute. So, ich schaue jetzt mal dahinten. Ich fang schon an wie, aber den... Benjamin Nordo... Marv nur auf 10, also auf Marv kommt... Nach dem Saisonobtag kommt er nicht mehr so viel von Marv. Also, der hat tatsächlich echte Probleme mit dem Auto anscheinend. Oder mit den Schrecken, dass er ein bisschen zu wenig Training hat. Ähm... Irgendwas wird es sein. Oh, der Ian ist am Lecken. Bis zum Unfall. So, Gamer MK jetzt hier. Auf 7. Leider hat sich jetzt auch so ein bisschen abgesetzt, aber natürlich nach vorne fehlt natürlich einiges. So, hier ist auch ein Duell ausgebrochen. Und zwar Diego gegen Eisvogel. Problem wird sein, der Eisvogel, der muss noch auf die Mediums wechseln. Der hat ja Diego schon hinter sich. Also, auch hier geht es richtig eng zur Sache. Ja, das ist natürlich auch wirklich Risiko. Risiko dicht dran zu sein. Ja, es ist ein knapper Zweikampf. Aber hier, die tun sich im Moment beide nicht weh. Also, das muss man ganz klar sagen. Klar, der Sniper, der holt da ab und zu mal ein bisschen mehr Zeit raus. Aber aktuell muss man ganz klar sagen, die beiden fahren ihr Tempo, fahren ihre Pace. Fahren sogar beide relativ gleiche Pace. Ähm... Verwickeln sich... Wahrscheinlich beide absichtlich nicht in Zweikämpfe. Um dem Sniper da vorne noch eine Chance zu gehen, wegzukommen. Also, bis jetzt machen Luis und auch der Sayersberger beide alles richtig. Fahren einfach ihr Tempo mit den Medium-Reifen. Weil die muss der Sniper gleich auch noch aufziehen. So, der Diego ist jetzt vorbei hier am Eisbottel. Haben wir jetzt leider nicht im Bild gehabt. Aber wie gesagt, war eine super Aktion. War auch von der Pace her klar der etwas schnellere. Die hat jetzt noch drei Komma noch ein paar Sekunden Rückstand. Also... Ah, keine vier Sekunden sind's. Wenn ich tissue. Weil das mussolится. Und heute war auch von der Pace, ich meine kiepslegt habe. Vorhead beides variability Ecsläume, ich bin über Jay, das対 nicht im Bild. Und jetzt war das Kleecon. Und das mache ich. Wchenerver nur ab, wie gesagt, die scheiden wir Italian das mache. Weil das sieht ja nur so, was das ist. Der Stryper ist knapp fixiert, 12,7 Sekunden sitzt jetzt, wie gesagt, der Tank ist schon nur noch ein Viertel voll, also ich würde bei Wagen drei Runden Maximum kann er noch. Dann wird es spannend, weil dann haben wir jetzt genau Halbzeit im Rennen. Ja, Diego fährt auch gerade Bestzeit und hat die schnellste Rennrunde gefahren mit 1,23,581. Also der ist da vorne mit dabei und der schließt jetzt auf. So, das heißt, um alle vier haben wir gleich einen Dreikampf. Dahinter ist dann der Eisbockel, der eben auch Step-by-Step flucht, so wie man bestimmten mithalten kann. Aber natürlich auch aufschließt, also das wird doch ein heißer Tanz hier. Definitiv. Die the die 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 Und jetzt der Seiersperger. Jetzt geht es dem Seiersperger dann auch ein bisschen ruhig. Jetzt kommt die Attacke. Jetzt sitzt der Tritt nebeneinander. Jetzt hat der Lewis gleich zwei Plätze verloren. Das war jetzt heftig. Das war jetzt eine heftige Aktion. Der David ist da, ja schön. Hi. Schön, dass du da bist. Hier geht es richtig zur Sache. Richtig, richtig zur Sache. So, dann drängelt natürlich der Diego dahinter, weil der will natürlich auch vorbei. Der will vielleicht noch ein bisschen seine weichen Reifen nutzen. Auch nicht so einfach, aber jetzt kommt der Lewis wieder von ihm in Ruhe. Da hat sich der Lewis jetzt aber mit Gewalt vorbeigetresst. Ja, Sniper wird uns freuen. Das stimmt. 16,1 Sekunden. Die sind in den letzten 25,7 gefahren, wenn Sniper hier vorne 24,0 und 24,7 jetzt fuhr. Also das sind dann nochmal deutliche Anzeichen. Für Bestzeiten. Also... So, Sniper bedenkt, es wird jetzt in die Box kommen. Das heißt, er hat seinen Job dann mit den weichen Reifen getan. Sniper jetzt in der Box. Jetzt schauen wir mal, wie lange der tankt. Weil daran können wir dann schließen, ob er nochmal weicher oder nochmal harter jetzt die Mediums aufzieht. Ja, das wären jetzt, das sind die Mediums, die da draus geschnallt sind. So, Sniper sind jetzt die Mediums auf. Dahinter natürlich ein riesen Abstand. Also eine Dödelheil hat 40 Sekunden jetzt auf die... Aber das kann eigentlich nicht sein. Normalerweise sind wir jetzt ja 24. Also das war jetzt nur... Das ist doch fast seit jetzt, jetzt aktualisierter 13 Sekunden. So, Diego ist auch wieder vorbei. So... So, weiter. Na, Diego muss jetzt vorbei. Ja, der muss sofort vorbei, ja? Ja, Louis Sametons... Ich gehe so ein bisschen flöten jetzt. Ähm... Leider, muss man ja fast schon sagen. So, das bleiben wir jetzt in der Box. Wäre jetzt interessant zu wissen, ob der Sniper durchwärts auf die Mediums jetzt. Das wird ein spannendes Stück arbeiten, Leute. Das kann ich euch sagen. Also das muss noch nichts hier durch. Der Diego, der tut alles, um da dran zu bleiben. Und der Lewis, der verliert jetzt immer mehr und mehr den Anschluss. Nach vorne hin. Der Diego tut sich schwer. Also... Der, unser Sniperger, der ist noch weicher, sieht das ganz genauso. Dass er hier den Diego hinter sich halten muss. Aber du merkst es. Der Diego hat einfach mit den weichen Reifen mehr Grip. Auch wenn der McLaren hier den Hinterreifen ziemlich stark frisst. Und jetzt ist er auf dem Durch. Jetzt ist er durch. Jetzt ist er auf der Innenseite. Normalerweise ist er durch. Und ist er jetzt auch. Stark gemacht vom Diego. Der Diego ist super überholbar, oder? Sauber und fair. Von beiden. Ich liebe algunos. So. Und wo? Masch ! Not! Tschüs! Ist ja hora, dass ist es da. Dass du jetzt dann schon wieder woher herr mounted bist? Oder was? Jetzt hast du vorne einen Mордereo. Der nicht, weiß was die blaue Flagge bedeutet so richtig. Hätt' auch schon tr presidential, und zwischen der SPOL-Eingang. Er hat's schon schön durchlassen können. Wo? Untertitelung des ZDF, 2020 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 fährt die bessere Pace als die anderen beiden jetzt hier. Also für mich ist das Ding durch. Der Sniper wird wieder mal gewinnen. Die letzten 20 Minuten, das wird er jetzt nach Hause fahren. Der Lüß wird wahrscheinlich noch eine Zusatzrunde drehen können. Das wird jetzt hier noch spannend. Boah, Sniper müsste davor rauskommen. Interessant wird, ob dann Zayersberger und Lewis Hamilton die Pace nutzen können, die sie dann haben mit den weichen Reifen, um wieder aufzuschließen, um dann die Schlussattacke zu setzen. Auch das wird jetzt noch richtig spannend. So, Sniper kommt. Ne, Sniper, Sniper kommt nicht rein, Zayersberger. So, jetzt. Jetzt bin ich echt ein bisschen verwirrt schon. Ja, etwas mehr als eine Viertelstunde muss er noch. So, Sniper ist jetzt vorbei. Ah, das ist ja ein Sprit von den 70 Liter. Das ist ein Sprit. Da ist auch der Tjeno vorbei. Also, der Tjeno, obwohl er zurückgefallen ist, also heute hätte der Tjeno durchaus den Sniper gefährden können, was er natürlich auch noch kann. Also, es ist doch hier ein langes Entschiebung. Also, ich glaube, der Tjeno, der kann den Sniper noch richtig gefährlich werden, jetzt hier in der Schlussviertelstunde. Das wird auf alle Fälle spannend. Also, hier vorne ist die gelbe Flagge. Und da steht der Johnny D. in der Wiese. Der ist wahrscheinlich hier links auf den Wiese gekommen und hat sich dann rechts weggedreht. Und da steht der Wiese. Gamer, das war jetzt nicht sooo sauber, fängt ein bisschen zu spül ein. Der Eisbottel wird sich überhaupt nicht sicher auf der 5 am Ende, das heißt da ist wieder mal die Erfahrung und Phase, die dafür entspricht, eindeutig. Super Leistung bis jetzt, das muss man sagen, das gefällt mir sehr gut. So ein bisschen Duelle sind so ein bisschen raus. Error, ja, ich kann es verstehen. So, und der Diego fährt hier um seine Chance, das muss man ganz klar mal sagen. So, der kämpft hier um die Chance, den Sniper noch abzufangen. 24,2 zu 24,9, das reicht natürlich nicht, also da muss er noch ein bisschen an der Pace schrauben. Ja, 24,1 wieder nur, das ist zu wenig. Das sind nämlich nur 8 Zehntel die Runde, die er da aufholt, das ist zu wenig. Also er muss da mehr aus den weichen Reihenrauts patchen. Schauen wir mal nach hinten hier, hier kommt jetzt der Gordo in die Box. Der Jardini, der war auch schon in der Box. Hier haben wir den Ian. Hier haben wir den Gamer dann, der natürlich jetzt die Pace so ein bisschen mithalten kann vom Sniper da vorne. So ihm. Liegt natürlich daran, dass er die weichen Reifen aufgefunden hat. Hier haben wir den Mark. Der Chris auf 7 aktuell, mit 60 Sekunden auf dem Dödelei. Ja, er war gut mit dabei, auch mit der Pace her. Er hat noch einen kleinen Fehler gemacht, aber er war weit zurückgefallen und dann nicht mehr viel bei ihm. Das gleiche quasi auch beim Dödelei. Stark angefangen, richtig gute Pace gehabt, dann ein paar Fehler eingebaut. Wer ihn so ein bisschen was gekostet hat. 12 Sekunden hinter dem Pace Voddel. Also das kann auch noch spannend werden, wenn wir schauen. 26,4 jetzt in der Runde. Der ist irgendwie gespannt. Was fährt der Dödelei mit dem weichen Reifen? Ja, das ist in der 27,4. Das sind gute anderthalb Sekunden. Also wenn das noch weiter geht, dann haben wir hier auch noch aktuell zwischen Platz 6 und 5. Der Sayersplager, der fährt jetzt gerade die schnellste, persönlichste Zeit. Mit 23 Sekunden, wenn der Diego klar aufholt, aber halt nicht in diesen riesen Schritten. Dafür, dass es gleich noch 11 Minuten sind, wird das ein bisschen eng, um da nochmal attackieren zu können. Dafür müsst ihr eigentlich jetzt schon ein bisschen mehr Zeit aufholen. Also, letzter Schlusssprit. Die letzten 11 Minuten laufen in diesem Rennen. Das ergibt alles. Jetzt sind es 4,5 Sekunden. Auch der Sayersberger fährt jetzt die schnellste Rennrunde mit 23,3,9,8. Also das richtig schnell unterwegs, ganz klar. Ja, das Problem ist natürlich, der Sniper ist hier mitten im Rundungsverkehr und muss natürlich aufpassen. Da vorne ist wieder eine abgeflogen. Und jetzt der Sniper neben in der Wiese. Jetzt wird es gefährlich für Sniper, für den Führenden. Und jetzt sind es dann auf einmal nur noch 2,3 Sekunden. Jetzt hat das noch ein paar Probleme. Das hat richtig Zeit gekostet, mein lieber Scholli. Das hat richtig Zeit gekostet und jetzt haben wir unseren Schlussspurt. Unseren Schlusskampf. Jetzt ist der Diego dran. Ja, und hier vorne fahren sie sich in die Karre. Auch das wirkt da dem Sniper durchaus noch zum Verhängnis, weil die müssen Platz machen. Die sind aber selber im Duell. Jetzt machen sie Platz. Ach du Schande. Macht da jetzt auch Platz? Ja, der Gamer MK macht Platz. Das ist ein Schlussspurt hier. Der Diego gibt alles. Der Diego gibt alles. Der Diego gibt alles. Halbe Sekunde Rückstand. Das ist doch unglaublich. Jetzt kommt der Diego. Jetzt kommt der Diego. Ja, der Sajasberger, der muss jetzt auch gleich noch an diesen Schreithemen hier vorbei. Acht Minuten Zeit hat er noch, um am Sniper vorbeizukommen. Jetzt kommt der Diego. Das wird noch hier ein richtiger Schlussspurt. Der wird natürlich alles geben. Der wird alles geben. Der muss jetzt seinen Reifen ausnutzen. Seinen besseren, deutlich besseren Reifen. Er hat natürlich eigentlich viel zu viel getankt für die letzten Nacht. Und jetzt kommt der Angriff. Und jetzt kommt der Angriff. Außen rum. Das wird natürlich schwierig. Jetzt ist er innen. Er kommt aber nicht dran vorbei. Schade. Diego versucht alles. Der Sniper hatte jetzt hier tatsächlich mit dem Ausritt und diesen Überrundungen richtig... Und Diego schmeißt das Auto nicht weg. Junge, 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 Junge. Hier geht es so zur Sache. Das ist unglaublich. Das Problem ist, das sind noch weitere 6,5 Minuten, wie der Sniper sich wehren muss. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt kommt der Angriff. Jetzt ist er vorbei. Sniper gibt noch nach. Sniper gibt nach. Diego führt dieses Rennen an. Kommt jetzt noch mal der Konter vom Sniper. Die ersten vier innerhalb von fünf Sekunden verhält sich das. Hier hinten hat sich das jetzt so ein bisschen eingepadelt. Der Eisvorgel scheint das zu kontrollieren. Sieben Sekunden vorm Dönleih. Alles andere hier. Kommt, Marf ist jetzt durch die Riesema gegangen. Rund eine Sekunde hat er sich jetzt den Vorsprung ausgebaut. Ja, und vor allen Dingen, der Seisberger ist auch nur 1,7 Sekunden dahinter. Also fünf Minuten sind es noch. Also wir haben einen neuen Sieger tatsächlich noch. Fünf Minuten noch. Dann ist dieses Rennen beendet. Und aktuell führt halt tatsächlich mal nicht Sniper. Sniper, der vielleicht von der Taktik her nicht so optimal gefahren ist. Trotz enormer großer Speed. Ja, der Sprit bei Sniper. Auch das wird noch eng. Ich glaube nämlich nicht, dass der Sprit reicht. Ja, Silent Bob, der hat ein bisschen zu viel. Die Seisberger auch. Auch hier der Lewis Hamilton. Alle haben viel Sprit drin, nur der Sniper nicht. Der Sniper hat sich verzockt, liebe Leute. Der Sniper hat sich verzockt. Ja, ja, der muss nämlich Sprit sparen. Sind jetzt schon zwei Sekunden auf dem Degel. Jetzt wird natürlich der Seisberger kommen von dem. Boah, der ist voll am Limit. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Jetzt kommt der. Ja, ja, das ist deutlich. Hat der die Leistung reduziert. Der hat die Leistung reduziert. Der Seisberger auf zwei. Und da wird der Lewis auch noch leichtes Spiel haben. Weil der kommt keine zwei Runden mehr mit dem Sprit. Das kann mir keiner erzählen. Da wird der Lewis noch die Chance haben einzugreifen und aufs Podest zu fahren. Ohne Probleme. Sniper rutscht vom Podest. Und zwar jetzt, siehst du es, der hat deutlich Leistung runtergedreht. Der ist im Spritsparmodus. Der hat wahrscheinlich die Stufe 6 drin. Und versucht noch irgendwie jetzt über diese Distanz zu kommen. Oh, Eisvogel hat vielleicht auch noch eine Chance. Das theoretische. Je nachdem, wenn er tatsächlich nochmal zum Splash & Dash in den Box muss. Und jetzt ist er vorbei. Lewis Hamilton auf drei. Sniper verzockt sich in diesem Rennen. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Was ein Rennen. Diego. Diego wird dieses Rennen gewinnen. Der wird euch beim nächsten Rennen keine Chance mehr lassen. Hoha. Vielen, vielen, vielen Dank Andi Männchen für die 8 Euro. Vielen, vielen Dank. Und die Männchen kippt 8 Euro. So passt Rien. Toll kommentiert. Danke, danke, danke lieber Andi. Danke, danke liebe Andi. Was ein Rennen. Unglaublich. So, der Diego wird dann jetzt gleich in die letzte Runde einbiegen. Mit knapp zwei Sekunden Vorsprung zu greifen. Hat er noch deutlich bessere als natürlich Versailles Asperger. Der wird dann nicht mal attackieren können. Der Lewis. Ja, und der Sniper hat schon über 80 Runden. Und schaut mal, wie der Sprit sparen muss. Der Sniper muss so viel Sprit sparen, das kann sogar noch Platz 4 werden für den Heißbogel. Der muss alles rausholen jetzt. Der schaltet gar nicht mehr zurück, der fährt nur noch im sechsten Gang. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Und der kommt natürlich jetzt hier Sekunden verringen. Ja, der kann nur noch mit 160 warten. Der versucht irgendwie das Auto ins Ziel zu kriegen. Ich glaube, das wird ganz, ganz eng. Also, wenn der jetzt nicht komplett der Sprit ausgeht, dass der nur noch mit 80 da hervdruckert, dann schaffen wir es gerade eben so. Aber Diego geht über die Linie. Diego gewinnt dieses Rennen. Bombsayersberger, hier haben wir die. Lewis Hamilton auf 3. Wohl fast Podium, aber jetzt zurück hier zu der Situation. 12 Sekunden, das reicht nicht mehr. Der Sniper wird es schaffen. Der Sniper wird es schaffen. Der Sniper schafft es gerade ebenso auf Rang 4 ins Ziel. Heißbogel schafft es am Ende nicht mehr. Am Ende Platz 5 für ihn. Starke Leistung von ihm. Der Dödelhai wird 6. Der Chris Lang wird hier auf 7 ins Ziel kommen. Gamer FK auf der 8. Marv auf 9. Der Ian wird 10. Dahinter kommt dann direkt der Johnny D. Auf der 11. Benjamin Cordro auf der 12 am Ende. Ein richtig, richtig starkes Rennen. Mega. Ja, also das war wirklich mal wieder ein wirkliches Rennfinale. Richtig geil, richtig Spaß gemacht. Super cool. Wir schauen uns aber das Endergebnis an. Dann ist der Diego. Derjenige, der am Ende lacht. Bob Sayersberger. Der holt die Pole und die schnellste Rennhunde. Lewis am Ende auf 3. Starke Leistung. Sniper mit 25 Sekunden Rückstand. Schafft es noch an 4 im Ziel zu retten. Unglaublich. Das ist definitiv stark. Ja, Eisvogel. Super Rennen. Am Ende sind es 10 Sekunden zu Platz 4. Eisvogel. Das hätte er sich gewünscht. Natürlich, klar. Müssen wir mal schauen. Aber wie gesagt, da wäre noch mehr drin gewesen, wenn er ein bisschen dran geblieben wird. Ja, Diego ist Gastfahrer, das stimmt natürlich, klar. Vollkommen richtig. Aber ein Gastfahrer, das ist das erste Mal, dass ein Gastfahrer ein PAL-Rennen gewinnt, liebe Leute. Auch das müsst ihr euch mal vor Augen halten. Ein Gastfahrer gewinnt eine Rennserie. Dementsprechend. Also das gab es vorher auch noch nicht. So, Dödelei natürlich auf der 6. Der Chris Lang auf der 7. Gamer MK auf der 8. Mit einer Runde dann Rückstand. Der Marv auf 9. Der Ian auf 10. Der Johnny D am Ende auf der 11. Der Gordo am Ende mit 4 Runden Rückstand auf Platz 12. Ja. Ah, der Real Rose sagt es gerade. Der Gante. Ja, das stimmt. Der Gante hat es auch geschafft als Gastfahrer. Der hat es sogar als erstes geschafft. Verdammt. Jetzt habe ich gedacht, jetzt wäre im Mainstream tatsächlich mal was wirklich Besonderes passiert. Gut, dass ich dich dabei habe, Real Rose. Und dass du so ein gutes Gedächtnis hast. Weil ich habe das komplett schon wieder aus meinem Gedächtnis gestrichen gehabt. Ne, mega spannendes, richtig geiles Rennen. Und da kann man einfach nicht mehr zu sagen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei diesem Super-PA11-Rennen. Wir sehen uns dann beim fünften Lauf. Beim tatsächlichen fünften Lauf, Herr Eisfoggle. Dann. Und, äh. Ja. Danke an die Männchen für die 8-Euro-Spende. Vielen, 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 vielen Dank. Und, äh. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Rennen wieder. Bei den PAL Rookies. Keep racing. Und einen wunderschönen Abend noch. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.